So, herzlich willkommen auf unserem Kanal, Chris und Mareike vloggen. Mein Bruder. Wir stellen euch heute mal die Kanalmitgliedschaft vor. Wir haben jetzt drei Stufen in der Kanalmitgliedschaft auf unserem Kanal. Normalerweise geht das erst bei 30.000 Abonnenten, aber irgendwie haben wir jetzt bei 3.000 Abonnenten schon die Freischaltung bekommen. Ja, du hast dich bestimmt vertan. Wer weiß. Auf jeden Fall stellen wir euch mal die drei Stufen vor. Und ich fange an mit Stufe 1. Die nennt sich Coaster Fan für 1,99 Euro im Monat. Mit den 1,99 Euro könnt ihr uns unterstützen, sodass wir unsere Trips bezahlen können, euch neuen Content liefern können. Gerade jetzt im Oktober steht die Halloween-Saison bevor. Da haben wir richtig viel vor. Sehr viele Halloween-Events. Dann kommen auch die Winter-Events zu Weihnachten. Silvester wollen wir auch in einem Freizeitpark verbringen. Damit unterstützt ihr uns ein bisschen im Monat, dass wir euch ein paar Videos zur Verfügung stellen können. Außerdem habt ihr für 1,99 Euro im Monat, wenn wir live sind, im Live-Chat, habt ihr besondere Logos an eurem Namen. Dann sieht man sofort, ihr seid Kanalmitglied von Chris und Mareike Vloggen. Außerdem für 1,99 Euro im Monat werden wir alle Namen, die die Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben, in unsere Videos einblenden. Mit so einem kleinen Banner und dann steht euer Name in unserem Video, in jedem Video. Und zu guter Letzt gibt es für Kanalmitglieder, Status Coaster Filme, Fotos und Statusberichte aus unserem Freizeitpark. Das für 1,99 Euro im Monat. Es gibt aber auch den Coaster Freak. Genau, den gibt es nämlich auch für 4,99 Euro im Monat. Da gibt es dieselben Vorteile wie bei Coaster Fan. Du, das ist Fan, richtig? Richtig. Genau. Außerdem gibt es noch ein paar kleine Bonbons dazu. Also keine richtigen Bonbons, sondern... Außerdem gibt es dazu Outtakes aus unseren Videos und unveröffentlichtes Videomaterial. Also wie ihr schon seht, sind unsere Outtakes aus dem Video schon immer ganz lustig, finden wir. Also... Und andere auch. Also da lachen wir uns immer schon sehr drüber kaputt. Die wird es geben. Außerdem wird es Ticket Pre-Sales geben, Vorverkaufs-Starts und Rabattaktionen. Wenn wir irgendwie per E-Mail kriegen wir von diversen Parks schon Vorverkaufs-Tickets angepriesen, angeboten. Die werden wir euch dann nochmal weiterleiten, dass ihr auf jeden Fall eine Chance habt, da noch in den Park zu gehen, falls dieser schnell ausverkauft ist oder irgendwelche Rabattaktionen oder sonst was. Außerdem bekommt ihr regelmäßig Rabattcodes für unseren Merch-Shop. Habe ich recht? Richtig. Wir haben den Merch-Shop verrückt. Wir haben uns zwar nichts an, aber wir haben den Merch-Shop. Genau. Und außerdem, was wir im Moment sehr, sehr häufig machen bei YouTube oder bei Instagram, im Moment bei YouTube, wenn wir unsere Live-Streams machen und ein Quiz, ein Freizeitpack-Quiz dazu machen, dann bekommt ihr und ihr mitmacht bei dem Quiz, da habt ihr einen Punkt Vorsprung vor allen anderen. Das heißt, ihr habt quasi dann einen Vorteil. Das zum Thema Freizeitpack-Freaks, aber es gibt noch eine weitere Stufe. Freizeitpack-Freaks für 4,99 Euro im Monat. Eine weitere Stufe... Coaster-Freak. Coaster-Freak. Eine weitere Stufe ist... Coaster-Junkie. Und zwar, das ist so das Premium-Paket, das kostet auch 14,99 Euro im Monat. Die Preise sind vorgegeben von YouTube. Ja, man kann die Preise auch tauschen, das geht auch. Achso. Ja, also auf jeden Fall für 14,99 Euro im Monat gibt es alle Vorteile von Coaster-Fan und von Coaster-Free Plus. Also ein besonderes Highlight. Es gibt... Der Hund mit der ganzen Kamera. Aska, komm mal hier hin. Komm mal hier hin und mach Sitz. Mach Sitz bein. So bleib. Coaster-Junkie, da waren wir stehen geblieben, 14,99 Euro im Monat. Gibt es für jeden, der die Mitgliedschaft abschließt, ein Goodie, ein Freizeitpack-Goodie aus dem Mad-Shop. Das schicken wir euch dann zu, jeden Monat. Und wir brauchen dafür natürlich eure Adresse, die könnt ihr uns... Hallo. Okay, machen wir weiter. Der Hund hat einfach das Stativ angestupft. Komm hier hin. Wir machen einfach weiter. Klappt ja super. Kamera funktioniert auch noch. Auf jeden Fall brauchen wir dann eure Adresse. Und die könnt ihr uns dann per Instagram, per Direct Message mitteilen. Oder in unserem Impressum steht auch eine E-Mail-Adresse von unserem Kanal. Dann könnt ihr das natürlich uns so mitteilen. Müsst ihr das nicht öffentlich machen in den Kommentaren. Nee, das auf keinen Fall. Mein Gott, das war jetzt mal hier... Action! Mitten im Leben. Ja, das ist unser Hund, ne? Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließen würdet. Ist natürlich kein Muss, ne? Muss, kein Muss. Ihr könnt die Videos trotzdem kostenlos weiter anschauen. Wir wollten einfach nur auch mal ausprobieren, wie das so funktioniert und wie das geht. Und genau. Wir sind gespannt auf eure Resonanz, wie ihr das so findet. Beziehungsweise ob sich jemand eine Mitgliedschaft abschließt. Wenn es überhaupt was gibt, ne? Ja. Ja, ansonsten viel Spaß bei unseren nächsten Vlogs. Die folgen dann wieder im Oktober mit den ganzen Halloween-Events. Und Oskar kriegt jetzt sein Lecker. Ja. Tschüss! 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 Tschüss!